Ostfriesen TV sucht wieder einen Ort in Ostfriesland. Dieses Mal liegt er im Landkreis Wittmund. Bekannt ist der Ort vor allem für sein buntes Vereinsleben. Einer dieser Vereine kümmert sich um den Wiederaufbau der Mühle. Sie ist das Wahrzeichen des Ortes und brannte bei einem schweren Feuer im August 2000 bis auf die Grundmauern ab. Früher hatte der Ort einen eigenen Bahnhof. Züge fahren hier aber schon lange nicht mehr. Gleich neben dem ehemaligen Halt steht die Kirche. Sie stammt aus dem Jahr 1862. Es soll aber mindestens drei Vorgängerbauten aus Holz gegeben haben. So liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt. Welchen Ort suchen wir dieses Mal? Gesang-Gesang. Untertitelung des ZDF, 2020